Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit euch und ja ich habe ein bisschen umgebaut das ist jetzt da ist der Futterplatz da sind die Boxen da hinten ist der Reitplatz und die Koppel wenn ihr das sehen könnt der Zaun da hinten und die Zettel liegen auch da da ist der Reitplatz und die Koppel und da liegen die Zettel und die Grenzen und ja dann würde ich sagen geht es mit dem Video so ich muss dann mal das hat Gras für die Pferde so wie sie Gras für ihr Pferd geholt so Bluto dein Gras in der Ecke hey man braucht auch Gras ach man so dann gehe ich mal zum Gras so wie sie Gras geholt so das sollte reichen Süße in der Box wird nicht gewetzt aber vielleicht gegessen Bluto in der Box wird wirklich nicht gewetzt hey Küsschen nicht abhauen nein Küsschen Küsschen nein bitte danke das Heul lassen wir am besten noch in Ruhe ja was wollen wir denn heute machen nichts einfach nur schlafen nein wir machen einen Ausflug na keinen Ausflug Schwester Mama erlaubt es uns nicht du wir haben keine Mama Schwester jetzt übrigens L.T.M. schaut mal wie cool dieses Gras ist ist euch einfach aus unserer Wiese raus gezupft und ich zupf mit euch noch mehr Gras das kommt noch auf den Berg dazu wenn die Pferde es fertig gegessen haben kommt das dann wieder drauf der Haufen den kann ich euch zeigen wie da hinkommt der kommt einfach da in die Ecke das ist sicher gehts gut ohja jetzt gehts weiter mit dem Video so Küsschen friss ruhig also weißt du was ich geh mit Küsschen ausreiten komm Küsschen komm Küsschen auch Küsschen gleich gehts weiter und geht weiter komm Küsschen komm Küsschen wenn sie drüben sind wie sie drüben waren und da sind sie und da sind sie so Küsschen komm 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 also wenn sie trainieren 7 4 Es regnet Gras, Scheibe, es regnet Gras. Ach Küsschen, ich muss dich an. Ei Küsschen, Ei Küsschen, ich glaube der jetzt mit mir umgeht nicht. Wie Küsschen weg war. Ei Küsschen ist im Wohnblock. Ich wollte auch im Wohnblock rein. Küsschen! Komm Küsschen! Wie sie wieder draußen waren. Ach Küsschen, sie bleibt jetzt mal da. Und Renette, ihr müsst das Handy auch wieder umbringen. Sonst geht das leider nicht. So, ich bin hier. Ado wawa wawa. Uwe. Nein, so ist immer wawa wawa. Uwe. Einig, so ist immer wawa wawa. Uwe. Einig, so ist immer wawa wawa. Uwe. Einig, so ist immer wawa wawa. Das ist immer wawa wawa. Schwester, lass Bluto. Schwester, lass Bluto doch auch auf die Koppel. Okay. Komm Bluto. Eins, so ist immer wawa wawa. Eins, so ist immer wawa wawa. Eins, so ist immer wawa wawa. Ach, wie toll die zwei nur sind. Wie beide oben waren. Und das war's mit dem Video. Tschüss. Ist immer wawa wawr. candl żeby Court. Er ist wirklich drauf.